Hallo, mein Name ist Angelika King und ich möchte mit Ihnen über etwas sprechen, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Seit über 20 Jahren würde ich sagen, nämlich die Frage, warum erreichen so viele Menschen nicht die von Ihnen gesetzten Ziele oder die Wünsche, die sie sich vorgenommen haben. Ich habe dafür viele Seminare konzipiert und natürlich mich sehr mit diesem Thema beschäftigt. Und bin dann auf etwas gestoßen, was so simpel ist, dass man es kaum glauben mag, nämlich auf das Konzept von einem Kollegen. Und das hat mich so begeistert, dass ich im letzten Jahr zum Nikolaus ein besonderes Geschenk entwickelt habe für meine Kunden, nämlich ein gratis Tele-Web-Workshop unter dem Titel und mit den richtigen Fragen auf Glücks- und Erfolgskurs gehen oder warum Affirmationen oft mehr Schaden als Nutzen bringen. Wie es dazu kam? Ja, als Thema habe ich das gewählt, das mich und die Menschen, mit denen ich bislang darüber gesprochen habe, seit Wochen fasziniert. Begonnen hatte das alles mit einem Interview, dem ich lauschte und das mich wirklich elektrisiert hat. Ich wusste nämlich sofort, diese Entdeckung, von der der Redner gesprochen hat, die würde nicht nur meine Arbeits- und Denkweise nochmal umkrempeln, sondern wie ein Virus um sich greifen. Worum geht das? Um eine neue Denkweise und darum, unseren erleuchteten Biocomputer besser zu programmieren oder frei nach Vera F. Birkenbiel endlich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Warum stehen so viele Menschen auf der Erfolgsbremse? Viele Menschen kennen Filme wie The Bleib, The Secret oder auch The Law of Attraction, Das Gesetz der Anziehung. Und vermutlich haben auch sie unzählige Erfolgsratgeber gelesen, Bestellungen ans Universum aufgegeben und mit Affirmationen gearbeitet. Die entscheidende Frage ist, haben sie ihre Ziele erreicht? Sind ihre Wünsche Wirklichkeit geworden? Wenn ja, dann brauchen sie jetzt nicht weiterhören und können weiterklicken hier auf YouTube und sich einen anderen Beitrag ansehen. Und ansonsten, ja, wenn sie noch nicht erreicht haben, was sie sich aus tiefstem Herzen wünschen, dann ist dieser Gratis-Workshop genau der richtige für sie. Ich habe den Workshop gehalten im Dezember 2010 und hier können Sie einige Kommentare von Teilnehmern sehen, während oder kurz nach dem Workshop, zum Beispiel von Birgit, die schrieb mir, ich hatte es schon ganz oft bei den herkömmlichen Affirmationen, dass sich die innere Stimme gemeldet hat und sagte, das stimmt doch alles nicht, so ein Mist. Der Workshop war sehr erhellend und mich bestätigend. Das sagt Birgit. Silke schrieb, super toll, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gut dabei gefühlt und das Buch, was du empfohlen hast, werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Vielen lieben Dank für das tolle Geschenk. Und Silvia, danke. Ich habe viele Affirmationen für mich gefunden und bin sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Und Mary schrieb am Tag danach, ich konnte gestern Abend gerne nicht einschlafen, so motiviert hat mich dein Seminar und in positive Stimmung gebracht. Heute war ich den ganzen Tag gut drauf, glücklich und zufrieden mit dem, was ist. Ja, das sind einige Feedbacks von Teilnehmern. Der Workshop war, wie gesagt, ein Geschenk an meine Kunden und auch eine Möglichkeit für diejenigen, die mich und meine Arbeit oder auch die Seminararbeit per Telefon oder online einmal kennenlernen möchten. Er wurde aufgezeichnet und Sie haben die Chance, die Audioaufzeichnung kostenfrei auf meiner Website anzufordern. Sie möchten die Gratisaufzeichnung als MP3-Datei haben? Dann gehen Sie am besten jetzt gleich auf meine Website www.king-selbstcoaching-kurse.de und bestellen Sie dort Ihr Geschenk. Und wenn Sie es bestellt haben, ich freue mich, wenn Sie es hören und wenn Sie mir dann auch mal ein Feedback schreiben mögen zum Seminar mit den richtigen Fragen auf Glücks- und Erfolgskurs gehen oder warum Affirmationen oft mehr Schaden als Nutzen bringen. Ja, ich wünsche Ihnen viele, viele neue Erkenntnisse mit diesem Audio-Workshop, mit diesem Audio-Seminar und wie gesagt, ich freue mich, wenn ich von Ihnen höre und verbleibe bis dahin. Ja, mit lieben Grüßen, Angelika King. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020